ja meinen ist jetzt vielleicht nicht das spannendste aber wir kriegen material zusammen und wenn ihr wollt mache ich die nächsten schritte jetzt auch den rest auch erst mal offline jetzt habt das eine zeit lang gesehen so kann man halt schön fleißig hier alles leer machen aber das habt ihr grundsätzlich ich schon mal gesehen so jetzt will er aufhören das ist mein einpacken ja das ist netter fake hier irgendwie naja gut so dann muss ich erst mal ein paar schienen wieder verlegen zack zack so natürlich erstmal wohl wir sind ja schon fast durch aber ein paar schienen haben wir ja noch drin dann muss ich auch mal gucken was der inhalt von dem ding sagt auch noch mal leer machen müssen hier ist nämlich voll hier noch nicht wir haben auf jeden fall kupfer wir haben kupfer zink eisen zink oder zinn war das andere jahr hatten wir das erst mal in den rucksack ist jetzt alles immer noch nicht die welt klar kupfer haben wir jetzt ohne ende deswegen bräuchte ich noch nicht aus dem boden holen weil wir das so ja auch genug kriegen so dann haben wir noch ein bisschen anders zeit die rieds krevet stone dann erst mal kitt ohr krebel hätte ich jetzt nicht gebraucht so anders das magneti tun wenn die andere kiste anders kann hier wieder rein der baume nämlich nicht so ja mache ich auch erst mal genug von kohle ja neun magnetik dann gucken wir jetzt mal ganz schnell weitermachen was man damit macht man baut sich so ein gestell auf okay man kann sich damit elektrischen strom machen okay okay das ist was für die zukunft da habe ich noch keine ahnung gut aber wir haben es und das ist ja erstmal die hauptsache ne warte ich wollte das im rucksack packen so gut dann waren hier noch schienen dann legen wir noch die restlichen schienen und dann liegen wir mit dem nämlich nach vorne dann haben wir den nämlich wieder da wo ein haben wollten und dann gucke ich wie ich dann noch den ausgang baue dass man da vernünftig hoch und runter kann und mein weiter meinen kann ist ja schon ziemlich heftig hier gut schienen bis hier würde ich sagen und wir machen da vorne noch ein stop blocken dass er diesmal nicht direkt wieder um die ecke will habe ich natürlich jetzt nicht im inventar na ha 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 doch hier haben wir ein damit er weiß dass der stopp ist gut dann würde ich sagen dass ich den noch durchlaufen vielleicht bastel ich dann noch ein bisschen vielleicht nehme ich das dann auch wieder auf müssen wir mal gucken und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen tag und wir sehen uns dann in der nächsten aufnahme bis dahin tschüss so lever dran zack anschubsen nee warte mal ich glaube wir nehmen diesmal sogar mal den school in minecart müssen aber noch eine schiene hinten dran machen jetzt hängt er da fest oder was hallo so abmarsch bis dann tschüss holdrio und herzlich willkommen zurück zur nächsten aufnahme so wie ihr seht sind wir wieder in der basis ab dem bohrer noch durchlaufen lassen habt den hier mal aufgestellt und leer gemacht hier ist leer da ist leer hier habe ich ein paar ärzte rein getan da habe ich ärzte rein getan hier ist noch leer da habe ich mal das ganze anders sieht hingetan wo ich weiß gar nicht ob wir noch mehr brauchen keine ahnung hier ist noch leer und hier sind noch ein paar andere steine und so was ich mir gedacht habe dass ich mal aufhebe hier habe ich noch ein paar treppen ich habe nämlich hinten noch ein bisschen gebastelt gehabt auf dem rückweg ja gut so viel hierzu hier ist unser flieber tütsch hier das ist fast ausgewachsen das können wir eigentlich mal ernten lassen hängt schon wieder hängt schon wieder dann habe ich noch dabei ne warte da ne 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 viermal breite ja dann bessern wir das eben aus ich doch noch hoch gesehen da ist doch nachdem man auf dem sitz gab naja ja so ein zwei drei vier die sitz dahin ein zwei drei vier sondern können uns nämlich trägt noch mal ein paar brote machen wir haben 13 12 bräuchten oder 15 machen wir direkt alles weil wir unterwegs sind haben wir ja festgestellt es essen nie verkehrt so im rucksack habe ich ja glaube ich kein essen ja zwei goldene karotten aber gut das habe ich noch alles ich habe noch leitern ich habe die schienen habe ich hier noch was drin ein paar kisten nur ich könnte mal meine spitzhacke reparieren sehe ich gerade ja genau ich habe hier bei 10 getan weil ich finde es immer ganz praktisch wenn man was kraftet und die wichtigsten sachen da sind dass man einfach nur draufklicken kann das finde ich eigentlich wesentlich schöner von daher müssen wir mal gucken was von alles rein tun ich habe es einfach mal hingebaut dann habe ich create live 5 dank noch was herausgefunden noch eine zusätzliche mod installiert nämlich warte mal muss ich hier auf add gehen auf tom simple storage eigentlich nur weil ich diese storage terminals haben wollte weil mir ist aufgefallen bei create live 5 die kann man an jedes inventar dran klatschen und man hat dann zugriff drauf sei es jetzt an die doppelkiste ich brauche dann die kiste nicht mehr aufmachen ich gehe in das terminal habe dann sehe dann direkt alles was drin ist kann das rausholen und das funktioniert vor allem auch bei diesem wald von create so und das ist ja ein multi block das heißt storage ohne ende drin ich denke den werden wir uns dann bei gelegenheit einfach mal hier aufbauen und dann das terminal dran klatschen und dann haben wir hier ein riesen inventar wo wir alles rein schmeißen können weil bei dem wald kann man ja sonst eigentlich händig nicht zu drauf drauf zugreifen sondern man muss dann halt mit filtern arbeiten oder sonst irgendwas man kann die nur mit fließband rein und wieder rausziehen und das umgeht das und das ist eine super sache als ich das gesehen habe habe ich gedacht das brauchst du auch habe ich mir gemacht so gut aber nichtsdestotrotz würde ich sagen gehen wir erst noch ein bisschen main an weil das die ausbeute ist ja jetzt nicht die größte gewesen ach so warte mal ich muss das glaube ich erst aktivieren ja schon wieder die falsche taste nehmen wir doch die mal lever dran klatschen so dann kann ich einpacken lever wieder aus eingesteckt dann würde ich sagen fliegen wir noch mal eine runde zu unserer mine dann können wir jetzt auch nachts sind das ist jetzt nicht das problem dann nehmen wir nämlich mal die nächste ebene und gehen mal eins tiefer mods habe ich jetzt nicht großartig abgedatet auch wenn das schon mehr seit naja wochen will ich fast sagen vorgeschlagen worden ist so 12 habe ich abgedatet wo ich dachte es wäre eventuell wichtig aber ich hatte ja schon mal das problem dass ich dann nicht mehr auf die welt kam und so und das ist dann mir immer zu heikel von daher kann es sein dass ich die ein oder andere funktion nicht habe die ihr vielleicht habt wenn ihr euch das taufrisch installiert so hier habe ich uns eine kleine plattform beziehungsweise die erde war ja schon da ich habe die jetzt nur markiert da werden wir jetzt mal landen dann habe ich uns einen weg nach unten gebastelt mit treppen und leitern dass wir zu fuß runter laufen können dann haben wir hier noch mal eine treppe so auf dieser höhe waren wir ja die würde ich jetzt ganz gerne erstmal abhaken das ist die höhe 46 hat dann mal hier runter gebuddelt weil ich wollte die kette nicht zerstören deswegen bin ich in den knick gegangen ich habe gedacht wir bauen jetzt mal hier den bohrer auf höhere 38 und gucken was da so alles rauskommt dafür brauchen wir natürlich erstmal unsere schienen ja schon mal dahin dann setzen wir den bohrer drauf erst mal das sagt dann den bohrer drauf dann muss ich die schiene wieder abhauen sehe ich gerade wenn man ich muss ja hier den lever hin machen das sagt so oder ist ja leer können wir denn ja eigentlich direkt groß lang los können wir nicht los jagen ich hätte einen rüber setzen sollen machen wir jetzt auch brauchen wir denn noch mal ab na komm weil ich muss ja schienen vor bullen so machen wir das ganze nämlich hier hin da wo kann man nämlich hier dran vorbei und vor buddeln das dauert jetzt wieder ein bisschen aber es ist also hier kriegen wir zumindest schon mal so schnell hier nicht zink ist das okay ich hätte jetzt allerdings gedacht an an ein an ein an lied so ne da nicht da da haben maschine so ein bisschen licht fackeln habe ich auch gebaut sondern jagen wir den einfach mal stundenlang jetzt in die richtung hier und dann gucken wir mal was da rauskommt vielleicht mal ein bisschen licht zwischendurch mal wieder wäre nicht verkehrt oh gravel ja da haben wir auch und wieder steine da müssten wir gleich wieder an die spalte kommen bloß tiefer wenn ich so auf die minimap gucke müsste ja gleich der durchbruch sein da ist er so da ist ein böses glätti sobald er reinkommt kriegt er eins auf die mütze okay er will nicht rein da ist er ja mehr ja ich sehe du bist alleine eigentlich könnte ich auch rauskommen aua aua so mal fackeln setzen so wir sind ja schon fast an boden von der höhle hier oh die ist aber auch riesig ne ei 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 äh hallo creeper ich sehe dich hier drin kannst du dich nicht so gut verstecken ne grün sieht man hier besser wie im wald so was ist das für ein gewirre hier eine höhle ohne ende und es geht immer tiefer man muss auffassen wo man immer hinfällt ja was haben wir da ist ein gem abgeriert ja so da haben wir wasser ist natürlich auch blöd wenn man mit dem bober ins wasser rein fährt ja gut kommen wir mal die drei eisen noch mit eisen können wir immer gut gebrauchen komm hoch ach noch mehr eisen uah oh heil okay der hat sich aber böse angeschlichen der freund eieieieieiei boah das war jetzt echt gemein von dem das habe ich jetzt nicht kommen sehen das fließende wasser mal stoppen damit performance vom spiel nicht leidet so